und damit herzlich willkommen zurück zu ich kann nicht einfach mehr ach komm, wir werden jetzt hier äh sterben wahrscheinlich gleich ALT DIE Fresse du bist ja im Bridge Mode, ich noch um Angst haben Mode, ach Gott da gehts ja runter die Typen gehen ja, da kannst du eh nicht runterspringen siehst du möchtest du vielleicht ähm vorgehen? ach mir gehts ja runter ich hab nämlich noch immer Angst wir sind zwei auf dem Fernsehen, es dauert Munition für mich geh du mal da rein, hol sie dir hier ist nämlich ein anderes Zimmer, da drüben oh, the door is smashed ich hatte 19 Schuss also 20 eigentlich ok dann da ich habe vier nehm jetzt HALT DIE Fresse Junge das Haus kenn ich hier wieder, also das komplette Haus wir gehens ja grad nur von der anderen Seite durch oh ja, wir müssen nicht durch die ganzen Zimmer oh ist das sch... oh Gott wir müssen doch wir können jetzt einfach rausgehen naja, die Tür ist auch gelöst wir können jetzt einfach rausgehen naja, die Tür ist auch gelöst die Tür einfach raus was hast du für Waffe was hast du für Waffe? ich habe ähm die Glock mit zwei Schuss die andere Waffe mit angeblich vier in Wirklichkeit aber zwei Schuss wieso das? ich weiß nicht, die Wirklichkeit würde jetzt doppelt anzeigen weil wenn ich einen Schuss abgebe, meistens zwei verschwinden ja, weil das ein hartes Kaliber ist, hier oh, ich hatte gerade einen Frame im Bruch das ist nichts Gutes da liegt eine Waffe für dich oh, danke Digga, ich habe 20 Schuss oder so mit meiner Waffe und du hast keine mehr jetzt sagt man nicht, wir müssen zur Backdoor ähm, ähm, hier lass da mal hingehen funktioniert das? ja, das geht klick drauf hab ich klick du drauf oh ich will gar nicht also wir können jetzt theoretisch beenden nach drei Minuten naja, das ist definitiv ein guter Partner und dann spielst du hoffentlich gleich eh wieder ab Alter, ich will nicht mehr oh Gott nein, bitte nicht oh, doch, scheiße oh, nein, und hier ist es bald ich mag Wälder nicht oh, Gott, nein was ist los? will ich mich wieder überleben? oh, Gott, ah, 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 ah ein Riese, ernsthaft? oh, du hast das gar nicht mitgekriegt ich bin am Arsch, bin ich ja, du musst mich wieder beleben ich habe alle Waffen also ich habe die Shotgun, die vor allem viele Munition hat also, ich werde es versuchen, mich wieder zu überleben lass mich mal schnell ein oh, ja, ich kau' dir ein, oh, ja ah, ah, bummer geil oh lauf einfach weg ich schieße ihn von hinten in den Rücken er hat grad Aggro auf dich ja ich merke es, ich merke es seine Munis alle er ist tot merke Shotgun in den Rücken mag der Arme her nicht oh, oh, muss ich... ja, setz dich doch erstmal hin, setz dich doch erstmal hin äh, hier liegt ein Nesse Ringe brauchst du ein Nesse Ringe? ein bisschen vielleicht brauchst du eine? ja na, ich habe noch eine, wenn es ist ja also ich kann mir noch Drogen geben ach, wir haben auch übrigens keine Waffen mehr, glaube ich also ich habe zumindest gar keine mehr ich habe nur noch die Shotgun und meine leere Glock ist meine Glock leer? ja, meine Glock ist immer noch leer und meine Shotgun hat sich von einem Slot gelöst, danke da ist Sturf weißt du, was noch Sturf ist? was denn? da vorne ist noch ein Golem dein Ernst? ja Spiel, wirf uns doch einfach mit Golems zu das macht total viel Spaß dann wie viel Schuss hast du in der Waffe noch? äh, äh, zwei vier bis zwei ja und dann noch mit der Pistole habe ich noch, äh, zwei ja wollen wir den versuchen auszutricksen? ja, versuchen wir das das ist glaube ich Munition sparen da ja erstmal warten bis der hier ist dann hier raus im Lohn nein, lass ihn weiter ablenken also ich lenke ihn jetzt ein bisschen weiter ab guck dich da mal um, ob da irgendwo Munition liegt oder so ja verleg erstmal noch einen Typ, den ich nicht mag also du kannst mir erstmal schön einen blasen mit deinem Riesenmaul da passt mir ein Riesen-Schwanz vielleicht auch rein hahaha du im Rage-Mode ich noch so ein bisschen Angst so ne, echt, ich überhaupt nicht mehr ich krieg hier einfach nur das Kotze von dem Spiel so, gleich hat er meine Range wieder verloren schnauze schnauze der Typ kommt immer noch ähm dein Ernst jetzt ich bin außenrum ja, ich lag hinter einem anderen ähm ja, kommt da noch einer? nein, da ist noch ein anderer Kerl der mich attackiert ja, ich hab hier grad zwei Riesen Kishi ja, okay ich hab grad meine eigenen Probleme, danke ach, die gehen mir voll auf den Sack vor allem die sehen aus, als ob sie Kartoffelsäcke übern Fresse hätten die sehen aus wie so richtig schlechte Rapper äh der hat sich grad ein bisschen verpackt auf dem Boden ich möchte jetzt bitte die Vermummten hören und Ansa ne Ansa ne Ansa ach, das ist nur ne Ranch, okay geilster Typ überhaupt ja schon oh hi hi ich hab keine Ausdauer mehr wir werden lange kommen hinterher ja hast du Munition gefunden? äh, nein, ich hab jetzt noch der hat da vorne liegt Munition für wen? für uns beide ich hab ein oh oh nein, da sind Häuser Glockmagazin ach, schön du hast ne Glock, oder? ja gut glaub ich da liegt immer so ne, 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 ne Halschrotze ja hast du? ich hab noch eine da hinten kommen die Typen benutzt deine und benutzt deine schnell und nimm sie auf und dann lass sofort weitergehen komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas wo können wir weiter? ähm, halb ich wusste es nicht ich dachte, da kann man einfach draufklicken nein, da ist ein Haus oh na, dann folge ich dir mal hier, schnell, oh geil die haben zwei Leute ausgetrickst gut gemacht oh ja ich flieg gleich jeden wieder raus ach, ist ja, ach ja ach nö ist ja nix fick dich fick dich spiel fick dich auch danke ich hab noch 3 Schuss nein, 5, 7, 8 8 Schuss hab ich noch ich hab noch ein Glockmagazin mit 15 Schu- Schugeln Schugeln ich hab auch noch ein Glockmagazin immer noch zu ich hab nur noch ein Glockmagazin mach die Decke doch noch niedriger ich hab Angst ich hab auch n bisschen einfach komplette Stille absolute komplette Stille du machst die Tür auf ich bleib einfach hier stehen du machst die Tür auf hast du gerade geschlagen? ja hört sich sehr seltsam an siehst du warum du die Tür aufmachen solltest? ich geh den Gang da nicht runter ich hab 46 Hälfte ich hab 46 Hälfte hörst du die Musik? ja hast du noch ne Soringa? ja, ich hab noch ne Soringa soll ich die verwenden? hm, weiß nicht jetzt schon ne, darum fahr ich bisschen unter Hälfte ja ach, da geht's noch weiter Türen oh Gott nein ich glaub ich mich an etwas erinnern zu können mit den Türen magst du gehen? willst du nicht vielleicht vorgehen? ich weiß was jetzt kommt was? du stehst im Nichts komm ruhig runter hab noch 4 Schuss ich bin innerlich tot warum? weil das Spiel mich innerlich tot macht Angst hm, okay ungefähr oh, ich muss nachladen ok oh Gott nein ja die Sache mit den Türen ja? kennst du die noch? nur noch ganz ganz dunkel im Kopf dring Mann, oh die musst du mal mit Simon hier auch schon durchleben auch heim hinter dir auch hinter dir ach man ich hab keine Munition mehr ich auch nicht alter gut gekloppt da kommt noch einer wie viele das sind alter? das sind 5 schnauze jetzt da kommt noch einer 7 schnauze jetzt ich hab noch einen Schuss ich hab noch eine Branche kein einzigen Schuss mehr kein einzigen Schuss mehr obwohl kein einzigen warte ich hab noch einen Schuss mit der Shotgun den spare ich mir jetzt erstmal auf ja glaub ich ist gar nicht so schlecht alter die Musik oh nein die Türen ich hör sie ah ich bin gefallen ah ich bin gefallen boah ja super die Türen töten ja instant ich will wissen was da drin ist ach gar nichts okay das sind einfach nur sich öffnen die Türen die geht nicht mehr zu die geht nicht mehr zu doch die lässt sich nur Zeit wenn die zu geht dann ist sofort los boah alles klappt ich bin in dir das finde ich aber auch schön alter ja bitte schlag mir nicht ins Gesicht oh Gott genau deswegen spare ich mir einen Schuss auf ja mach gut ich hab Angst einfach nur sich öffnender und schließender Türen und dieser Krach dabei ich mag aktuell auch nicht mehr weiter gehen was ich mag kommen wir hier nicht her weiß es nicht du gehst vor nein warum mich ab bald ich will hier nicht wieder raus ich leb jetzt hier für Freude nein ich will auch nicht nein ich leb jetzt hier auf der Stufe in 3 Minuten ich will echt nicht mehr alter Angst warum bist du bald ich meine ich mag Wald an sich wenn er hell ist und nicht unbedingt dunkel mag Wald nicht mag Wälde allgemein nicht ich schon ich kann die abholzen ja ok das stimmt ich glaub meine Mutter hat richtig viel Spaß was was ja weil ich so laut bin meine ich ja ich hoffte es bereits dass du das meintest eine Freundin hat ja auch richtig viel Spaß nachdem ich hier öfter mal bisschen ausrasse was war oh Gott hast du das schon wieder gemacht ja ich höre übrigens grad die ganze Zeit nur Sound über ein Ohr und erschrecke mich trotzdem noch des Todes ich hab grad keinen Surround 2 ich hab Kopfhörer auf ich auch aber ich hab halt nur einen auf naja ich hab beide auf ich bin der Marsch in meinem Kopf nein scheiße keine Waffe nur Branches super wir hören jetzt hier auf hier dein Part los öffnen mal die Tür das hier ist so ne so ne bis morgen Tür was zum Bitch ich hab das Morphium genommen ich brauch's auch gleich ich hab's aber ungewollt genommen ich war gar nicht so schlecht watch out for the trees oh nein das ist der Part ja oh ja ich bin gerade gekommen durch die Drogen we don't need to go back na nein nein so watch out for the trees könnt ihr dann übermorgen beziehungsweise wann ihr auch immer den nächsten Part guckt und wir können das auch erst demnächst wahrscheinlich später als ihr sogar weil wir jetzt kurz ne Aufnahmepause machen besser gesagt für die nächsten 4 Jahre vielleicht oder immer ja für immer wahrscheinlich und dann hoffe ich euch hat der Part gefallen hoffe ich auch schaut mal bei Kirschi rein schaut mal bei Fischi rein und macht's gut ich hab jetzt äh ein ganz schönes Pfund in der Hose ja ich auch durch den Stuhl also ja bis man sieht sich ja irgendwann bis dann mach's gut tschüss 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 tschüss